Der Vierseitenhof im brandenburgischen Wünsdorf wurde ca. 1870 erbaut und 2003 nach modernsten ökologischen Standards saniert. Das 372 Quadratmeter große Wohnhaus bildet das Kernstück des Hofes. Man betritt es durch ein helles Vorzimmer, das gleichzeitig Platz für einen großen Esstisch bietet. Die großzügige Wohnlandschaft bietet viel Platz zur Entspannung. Im vorderen Bereich gestatten die Panoramafenster einen herrlichen Ausblick über die Terrasse in die Parklandschaft. Der hintere Bereich lädt ein, bei Kaminfeuer und einem Glas Rotwein den Abend ausklingen zu lassen. Eine vollständig ausgestattete Küche mit modernsten Standards findet man im vorderen Teil des Hauses. Auch hier kann man, wenn es mal schnell gehen muss, bei angenehmem Ambiente mit der ganzen Familie speisen. Das mit Marmor gefließte Bad gehört zu den Highlights des Hauses. Die große Eckbadewanne bietet Platz für romantische Stunden zu zweit. Für den Duschliebhaber ist eine Wasserfalldusche vorhanden.